Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal in dieser richtigen Scheiß-Mission, muss ich echt sagen. Weil das gefällt mir hier gar nicht, wie wir hier in der letzten Folge wirklich gar keinen Fortschritt gemacht haben. Und, naja, das ist, äh, das tut mir auch leid, dass wir da keinen Fortschritt kriegen, aber irgendwie ist das komisch hier. Wir werden angegriffen, Sir. Ich sehe ja auch diese Drecksheckenschütze nicht. Ne? Ich sehe die nicht, deswegen, also, ähm, irgendwo im Wald getarnt oder so. Aber gut, und dann sind hier auch noch überall diese Scheiß-Landminen und die machen uns auch ganz schön, ganz schön zunichte. Und, äh, genau, ihr könnt den Maschinengewehr-Typi hochheilen. So, wunderbar. Ja, dann geht ihr bitte hier hin und macht diesen Bunker kaputt. Wir müssen jetzt nämlich hier sechs Bunker kaputt machen, von den Japanern. So, genau so. Verdammte Hacke. So. Und, ähm, irgendwann dann noch hier unten hin, aber hier unten war, weil in der letzten Folge, als ihr das gesehen habt, äh, ein riesen Stützpunkt der Japaner. Deswegen, äh, ja. Ist das keine gute Idee, da hinzugehen. So, da muss ich, jetzt müssen wir jetzt einmal ganz vorsichtig hier. Da unten ist nämlich eine Landmine irgendwo. Okay. Ähm. Ganz vorsichtig und langsam hier. So, wo ist das denn jetzt? Da oben! Da oben! Da! Okay, geschafft. Okay, Gott sei Dank. Alles klar, dann haben wir den schon mal weg. Schon mal gut. Okay. Wir müssen hier irgendwie das verhindern, in die Minen zu treten. Weil, weil, wenn, wenn wir in die Minen treten, dann haben wir echt ein Problem. Dann ist nämlich mal eben die Hälfte unserer Einheiten weg. Und das ist heftig. Ja gut, der Bomber, der macht aber nichts, oder? Ne, ne, der macht nichts, okay. So. Ah, sehr gut. Gut gemacht. Gut, dann könnt ihr ja den Booker da abschießen, oder? Ah, aber nicht so. Nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. Okay. Okay. Okay, so ist es besser. So ist es besser. So, Arzt. Willst du diesen Heckenschützen heilen? Sehr gut. Und hier unten ist wieder so eine blöde Mine im Weg. Ah, perfekt. Okay. Ah, wartet mal. Ich habe einen anderen Plan. Nimm dir einen Marinesoldaten und lauf dann mal hier unten hin. Ein Opfer kann ich ja bringen für die Minen. Sir, jawohl, Sir. Euer Befehl. Man weiß halt nicht, wo genau die liegen, ne? Das ist... Sir, jawohl, Sir. Euer Befehl. Warum ändert sich die Musik hier? Da, okay. Ha, sehr gut. Genau das meine ich. Sir, jawohl, Sir. So können wir nämlich schön die Minen aus dem Weg räumen. Genau. Sir, jawohl, Sir. Bevor wir dann hier, ähm... Ach, scheiße, da ist noch eine irgendwo. Okay. Was zur... Hört ihr auf? Hört ihr mal auf? Könnt ihr... Okay. Null einfach. Hauptsache, die schießen meine Ärzte ab. Ihr seid ja auch... Ihr seid mir welche, echt. Na ja, gut. Ihr könnt euch gegenseitig hochheilen, ne? So, dann. Genau so. Und nein, aber nicht so. Nicht so, nicht so. Oh Gott. Okay. Genau. Geht auf Max Distance hier. Und macht den Bunker kaputt. So, du heilst den bitte hoch. Und dann gehen wir das Ganze mal ein bisschen geordneter an. Hier. Nein, aber doch nicht so. Warum? Warum denn so? So. Der nächste Bunker ist weg. Sehr schön. Dann haben wir jetzt drei von sechs. Da ist auch noch einer. Okay. Einmal riesen Soldat kann hier wieder die Mine... ...zum explodieren bringen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen makaber. Aber... Was sollen wir machen? Ich hab halt hier... Genau. Ach nee, da oben ist ein Heckenschütze noch. Ja, okay. Dann ist da oben halt noch ein Heckenschütze. Dann, äh... Haha, witzig. Dann geht einfach da hoch und macht den kaputt. Genau. Ich hoffe halt, dass ich da hochkomme. Mit meinen Einheiten. Nee, komm ich nicht hoch. Oder doch. Oder? Nee, komm ich nicht hoch, leider. Hm. Das ist jetzt natürlich... Ah, wartet mal. Vielleicht können wir ja hier so agieren. Sneakige Mission hier, ey. Ich glaub, da könnt ihr schon verstehen, warum wir beim letzten Mal keinen Fortschritt hatten, oder? Das war wahrscheinlich schon ein bisschen krass beim letzten Mal. Panische 18. Infanterie. Oh. Ah nee, das ist nur das Flugzeug gewesen. Okay. Ähm... Bin ich jetzt mal so mutig? Ah, wunderbar. Ja, wunderbar. Ähm, ja. Dann... Könnt ihr bitte mal auf Distanz gehen? Und den Bunker kaputt? Und den Bunker kaputt... Ja, sehr gut. So wollte ich das haben, Freunde. Ja, ist in Ordnung. Ich warte. Wohin, Sir? Ich warte. Wir wollen so schnell wie möglich ärztliche Versorgung haben. Wir haben doch Ärzte. Okay. Der Bunker ist schon mal weg. Ich warte. Positiv. So, hier ist auch keine Landmiede mehr im Weg. Das ist schon mal top. Da ist wieder eine. Hier unten irgendwo. Zwei sogar. Wir werden angegriffen. Ach, wo denn jetzt schon wieder... Ich ziehe euch mal zurück da. Ich warte. Ja, warte. Überall diese Drecksheckenschützen im Wald, ey. Das ist echt krass. Ah. Okay, nimm mal einen Marinesoldaten. Gehen wir ein bisschen hier in die Richtung, weil die Mine... Ah. Ich hab da gerade was gesehen. Wartet mal. Ja, genau. Okay. Boah, da erschreckt man sich immer voll. So. Jawohl, Sir. Ja, wir müssen das jetzt... Ah, da. Da. Okay. Okay. Sehr gut. Zum Glück sieht man das. Okay. Durchsuchen wir nach den sechs japanischen Bunkern. Okay. Das heißt aber, dass wir hier noch nicht fertig sind. Im Dschungel. Müssen wir tatsächlich noch mal nach da oben? Nö. Das will ich nicht. Ich warte. Ich warte, Sir. Ich warte, Sir. So. Müssen wir tatsächlich noch mal nach da oben, oder was? Ja, scheint so, ne? Scheint so. Ja, der Dschungel hier, meine Güte, der ist echt krass, der Dschungel. Also, muss ich sagen. Ja, wir sind tatsächlich hier unten, aber wir müssen echt noch mal hier hoch. Dann zieht euch noch mal zurück. Ja. Die sind mir ein bisschen zu langsam, neun Geschwindigkeit. Die anderen haben alle zwölf. Aber gut, Freunde. Dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe bei Empire Earth. Auch wenn wir hier nur schleppenden Fortschritt tatsächlich haben. Aber im Endeffekt ist das auch schon die vorletzte Mission der amerikanischen Kampagne. Von daher. Ja. Und wir hatten ja auch in der letzten Folge schon hier gesehen, was hier noch auf uns zukommt. Noch auf der Map. Von daher ist das doch alles gar nicht mal so schlecht, okay. Dafür haben wir jetzt Fortschritt. Auch wenn ich da ein paar Mal tatsächlich meine Taktik anpassen musste, aber... Ja, das macht dieses Projekt auch so ein bisschen aus, finde ich, dass man... Ähm, die Taktik anpasst. So, da ist jetzt wieder hier so ein, so ein, so ein, so ein Flieger. Okay, null Flieger. Höchst interessant. So. Schön hier mit den Dreierteams arbeiten. Das ist gar keine schlechte Idee. So, da ist jetzt wieder... Gib mir mal einen Marinesoldaten. Und du, du bist ein tapferes, tapferer Mann. Und dann... Genau, so. Okay, wunderbar. Einfach schön die Minen aus dem Weg räumen hier. Ich warte, ich warte, ich warte. Ich warte, ich warte. Irgendwann gehen uns auch die Marinesoldaten aus, aber... Hä? Ach, ihr seid noch in Team 1, ne? Wartet mal, nee, dann macht das mal anders. Dann macht dann seid ihr Team 1. So, da rechts, aber die brauchen wir ja nicht. Okay. Jawohl, 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 jawohl. Ich hoffe halt nicht, dass jetzt wieder irgendwelche Heckenschützen hier im Wald uns begrüßen, aber speichere das mal. Das ist gar kein schlechter Fortschritt. Einfach langsam und besonnen vorgehen hier, okay. Marinesoldat. Gehen wir mal zum Elefant hier. Töö. Und dann hier irgendwo. Sir, jawohl, Sir. Da, guckt mal. Ah, da. Treibmine. Okay, das heißt, die können wir umgehen, tatsächlich. Okay. Die können wir umgehen. Okay, da ist eine Treibmine. Hehe. Krass. Okay. Ah. Haha, hier ist der nächste Bunker. Gott, warum sehen die mich denn? So, haha, sehr gut. Und auf den Bunker schießen. Wunderbar. Ah, ich liebe die Heckenschützen. Die sind einfach geil. So, ich glaube, das ist dann auch der letzte, oder? Süd, süd, west. Ja, okay. Das ist, glaube ich, dann der letzte Bunker. Mit ein bisschen Ruhe geht das, ne? Wie ihr seht. Sir, Sir, wir warten, Sir. Ist doch noch nicht der letzte. Oh. Was ist das denn schon wieder? Ein Bomber. Hey! Seit wann... Achtung, Minen. Lassen Sie... Lassen... Äh, und achten Sie auf weitere, da die Gegend wahrscheinlich überseht davon. Rücken Sie... Sie müssen den... Süd, süd, west. Okay. Ähm. Warum hat denn der Bomber eben geballert? Süd, süd, west. Wartet mal, wo ist denn hier süd, süd, west? Das ist doch hier... Die meinen doch jetzt nicht ernsthaft das hier, oder? Mit dem Panzer? Näh, das glaube ich. Süd, süd, west ist doch eher hier. Hm. Naja, okay. Ähm. Ist es denn tatsächlich das da? Ach, du Heilige. Was machst du denn? Was macht der denn? Ist der denn des Wahnsinns? Ja, bomb du ruhig daneben. Ja, das passt doch hier. Guckt mal. Japanische gepanzerte 32. Sehr gut. Ich warte, Sir. Ja, dann macht ihr mal hier. Genau. Ähm. Da hinten, die Einheiten. Ich warte, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Hahaha. Die sind so cool hier. Hallo? Ich bleibst du mal da hinten, Arzt? Ach, du Heilige. Ähm, nee, das ist mir zu umständlich. Okay. Süd, süd, west. Das ist tatsächlich dann hier das. Oh, ho, ho, ho. Um Himmels Willen. Sir, Roddack. Wir werden angegriffen, Sir. Sir, Sir. Jawohl, Sir. Was will... Was will der Elefant? Hahaha. Okay. Jetzt hat der Elefant einfach eiskalt hier bei den Dings angegriffen. Nee, krass. Elefanten-Attack hier. Okay. Interessante Mission, Freunde. Richtig interessant. Also... Hier haben wir ja schon alles aufgeklärt. Okay. So. Was ist denn jetzt hier für eine... Noch auf der Map? Also wir haben tatsächlich hier diesen Stützpunkt. Aber das kann nicht sein, dass wir hier rein müssen. Das kann nicht sein. Dann haben wir da einen Bunker. Den haben wir aber alle kaputt gemacht. Tatsächlich das hier unten. Das kann nicht sein. Das da unten... So viele Einheiten habe ich doch noch nicht mal. Um das zu überleben. Irgendwo war... Hier war auch noch eine Miene. Äh, da oben irgendwo. Da oben, ja. Hier treibt eine Mine rum. Guckt euch das an. Hier treibt eine Mine rum. Ha! Da ist eine. Seht ihr das? Das ist natürlich... Das ist dann schon cool, wenn man die sieht. Und dann kann man da, ähm... Ja. Außen rum laufen. Gut, dann probieren wir das doch noch mal hier. So. Ähm. Hier waren wir ja schon mal. In der letzten Folge. Aber das hat nicht so gut geklappt. Von daher... Ach du, wo kommt die denn her? Wo kommt die denn her? Ja. Ja. Okay. Wo kommt die denn her? Na ja gut. Ja, ja gut. Die haben wir platt gemacht. Sehr gut. Ja. So, das heißt, wir sind jetzt auch hier unten wieder angekommen. Heißt für mich? Speichern tatsächlich. Und dann nochmal das Versuchen hier. Ja, ich meine, da oben ist ja auch irgendwo so ein blöder Heckenschütze, ne? Geht mal hier hin, bitte. Ich muss jetzt mal gucken, wie wir das machen können. Ähm. Meier Befehl? Von der anderen Seite. Ja, okay. Haha. Sehr gut. Ähm. Das heißt, wir können hier Team 3 nehmen. Team 3. Dann den da kaputt machen. Genau. Ach, verdammt. Oh Gott. Ja gut, das ist natürlich das Blöde dann, ne? Wenn die die natürlich sehen. Das ist klar. Haben wir hier irgendwelche Bazooka? Einen Mörser haben wir. Oh. Okay. Aber wir können die ja trotzdem outrangen, ne? Was, was, was? Okay. Okay. Ähm. Alles klar. Also ist noch so ein Blödmann hier. Ich würde das am liebsten, äh. Warum sehen die mich denn so krass? Das ist ja übelst heftig. Okay. Die haben eine extreme Reichweite, muss ich tatsächlich sagen, ja? Kommst du raus? Kommt der raus? Ne, der bleibt da stehen, okay. Hm. Was, 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 was? Es bleibt doch da stehen, Mann. Der sieht euch doch da. Aua. Da oben ist der blöde Heckenschütze. Okay. Dieser dumme Heckenschütze da oben. Eieiei, soll ich da meine Generäle nehmen? Nehmen wir mal einen Leutnant Stock. Ich hab ja gespeichert, ne? Nehmen wir mal einen Leutnant Stock. Mal gucken, wie viel der aushält gegen den Scharfschützen. Wir werden angesiedelt. Wir werden angesiedelt. Sehr gut. Okay. Da. Sehr gut. Der hält schön viel aus sogar. Okay. Das ist sehr gut. Das ist richtig gut. Okay. Das heißt, Team 3 kann hier runterkommen. Team 3 kann hier runterkommen und da drauf schießen. Okay. Wunderbar hier. Sir, ich warte. Sir, jawohl, Sir. Der Leutnant Deck. General? Jawohl. Wie jetzt? Könnt ihr den nicht heilen? Oh. Den könnt ihr nicht heilen. Aber das ist nicht schlimm. Ähm. Den Leutnant Stock. Der heilt sich ja selber hoch. Okay. Boah. Aber das, das Blöde ist echt diese Dinger hier, weil dann, die sehen einen nämlich. Und das ist halt Kacke. So, wo ist der Leutnant? Was sind die Hecken-Schützen? Hier ist doch der, ne. Marine-Soldat. Da unten. Das sind die Ärzte. Wo ist der Leutnant? Da. Leutnant Stock. Okay. Sehr gut. Dann, geh du mal da rein. Jawohl. Ach du Scheiße. Ja, das ist gerade. Das ist ein bisschen viel, was wir da drin haben. Was wird denn gebraucht? Ja. Vielleicht die Kisten irgendwie? Nee. Okay, 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 raus, raus, raus. Oder baller den ab. Sehr gut. Ihr kommt hier rein, ne. Sehr schön, Freunde. Dann versuchen wir das doch trotzdem nochmal hier. Obwohl das hier so krass viele Einheiten sind. So. Wunderbar. Ein Panzer. Ja, klar. Okay, okay, okay. Raus, 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 raus. Okay. Bleib bitte hier. Ja, das wird jetzt interessant. Wie wir das Ding hier stürmen sollen. So, Panzerabwehrgeschütz. Okay, 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 jetzt geht's los. Jetzt geht's los, scheinbar. Okay, der Panzer. Der Panzer. Ah, sehr gut. Hey, nice. Der Panzer ist schon weg. Wunderbar. Der Panzer ist weg. Das hätte ich nicht erwartet jetzt. Flakpanzer. Oh Gott, der Bunker. Okay, dann alle. Kommt. Dann macht alle kaputt hier. Dann macht alles kaputt. Genau. Dann macht einfach alles im Arsch. Dann den Bunker. Genau. Auf den Bunker einfach. Auf den Bunker. Auf den Bunker. So, wunderbar hier. Zack. Alles kaputt machen. Ah, wir haben's. Freunde, wir haben's. Das ist doch mal mega nice. Und bäms. Jawohl. Wir haben endlich Fortschritt in dieser Mission. Ist das nicht geil? Diese Militärgebäude müssen unbedingt weg. Alles klar. Dann haben wir das hier. Wunderbar. Dann haben wir die hier kaputt gemacht. Oh, sehr schön. Sehr schön. Alles klar. Rücken Sie nach Osten vor und greifen Sie den Myitkina-Flugsplatz an, nachdem Sie Verstärkung angefordert haben. Zerstören Sie dort das Radarzentrum, um den Flugplatz zu erobern. Okay. Alle drei Flughäfen müssen intakt oder bestehen bleiben, um den Sieg zu erringen. Ach du Kacke. Verstärkung angefordert. Ich habe doch keine Funker mehr. Was, was, was? Wie kann ich zu Diensten sein? Äh, das sind noch zwei Partisanen hier oben. Aber ich habe keine. Denken Sie dran. Ja, was, was, was? Versuchen Sie, am südlichen Teil des Stützpunkts vorbeizugehen und das Radarzentrum von hinten anzugreifen. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Denken Sie daran. Alle drei Flughafen müssen bestehen bleiben, um den Sieg zu erringen. Im südlichen, oder? Und dann das Radarzentrum. Ach du Scheiße. Da vorne. Okay. Oh je. Boah, das wird jetzt krass. Ja, wir haben nur zwei Partisanen tatsächlich hier, ne? Ja, dann sammeln die mal da. Mal gucken, ob wir kommen. Die kommen doch hier durch. Partisanen können durch Wälder. Ja, genau. Och nee. Nein. Nein. Oh Gott, ich habe tatsächlich noch einen Ingenieur gehabt. Äh. Wie dumm. Ja. Gut. Dann ähm. Ach, den hätte ich doch gut gebrauchen können. Ja. Na gut. Die Frage ist, ich habe keine Verstärkung mehr. Ich habe keine Funker mehr. Verdammt. Ja, das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Muss ich jetzt gar... Wir werden angegriffen. Was? 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 Wo kommen die denn her? Okay. Ich wollte sagen, wie der Hecken schützen. Kommst du hier durch? Boah, du bist so ein geiler Typ. Du kommst hier echt durch. Das ist ja geil. Okay, Freunde. Ähm. Dann würde ich mal sagen... Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst sie toll. Was die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Bis hier dann weiter geht's. Den wir dann... Beim nächsten Mal. Und, ähm, ja. Wenn ihr privat ein bisschen quatschen wollt, kommt gerne auf meinen Discord-Hörer. Der Link ist in der Beschreibung. Und, ähm, ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, tschüss.